Zelle. Dienstbeginn für die Polizisten Stefan Neidhardt und Tobias Döring. Über Funk meldet sich die Leitstelle. 1071, oder? 1071. Schau leicht, drei beteiligte Pkw, ein Pkw nicht mehr fahrbereit. Versuch mit leichten Schürfrunden, am Notruf ist fertig wie abgelehnt worden. Ja, aufgenommen. Am anderen Ende der Stadt. Also jetzt bei dem, was hier gemeldet wurde, dass wohl wahrscheinlich eine Person leicht verletzt ist, die aber wohl einen RTW ablehnt, sind wir im Grunde genommen dafür da, dass wir vor Ort die Sicherung der zivilregelten Ansprüche sicherstellen. Also dass der Unfall, wenn es denn auch gewünscht wird, polizeilich aufgenommen wird. Und damit da quasi niemanden wirtschaftlich Nachteil daraus hat. Und darüber hinaus müssen wir halt gucken, wieso es zum Unfall gekommen ist. Ob da alle Beteiligten verkehrstüchtig sind, ob die einen Führerschein haben. Und ob die generell dazu geeignet sind, am Straßenverkehr motorisiert teilzunehmen. Man kann reine Unfälle mit Sachschäden, wo man sich grundsätzlich über den Unfallhergang einig ist, die kann man ohne Polizei aufnehmen. Das lernt man auch in der Fahrstunde, das vergessen nur leider viele Leute im Laufe ihres Lebens als Führerscheininhaber. Also für uns sieht das jetzt so aus, als hätte der Wagen hier von dem Arbeiter-Samariter-Bund die Unfallstelle erstmal abgesichert. Und der Verkehr fließt jetzt langsam und zähflüssig daran vorbei. Also Verkehrsmaßnahmen durch uns müssen anscheinend erstmal nicht getroffen werden. Das läuft hier von alleine. Hier habt ihr auch schon jemanden hier, einen Verletzten? Ja. Also vorab, ich weiß ja noch nicht genau, was passiert ist. Guten Tag. Sie gehören hier zu? Sie sind die Erste, die Erste. Sie sind gerade im Krankenwagen. Ihr Bruder ist der Fahrer gewesen. Gut. Und Sie gehören hier zum mittleren Wagen? Ja. Gut. Alles klar. Ihnen geht's gut? Niemand ist verletzt? Alles gut. Gut. Alles klar. Gut. Sie sind Fahrerin zum Mercedes, Sie sind Fahrer zum Toyota. Kommen Sie bitte mal zu mir, da muss ich nicht so schreien. Also grundsätzlich, wenn man beteiligt bei einem Verkehrsunfall ist, muss man sich gegenüber der Polizei nicht äußern. Das Einzige, was man machen muss, man muss Angaben zur Art und Weise seiner Beteiligung machen. Sie haben schon gesagt, Sie sind die Fahrer und man muss sie uns gegenüber ausweisen. Wenn wir Ihnen helfen sollen, hier den Unfall aufzunehmen, wäre es aber hilfreich, wenn Sie uns sagen, was passiert ist. Wer anfängt, soll mir gleich sein. Wir haben eigentlich, die Ampel war ja hinten rot. Ja? Wir haben ja alle in der Reihe gestanden und er ist uns hinten drauf gefahren und er ist bei mir aufgeschoben worden. Okay. Alles klar. Er war abgelenkt vielleicht. Okay. Wie haben Sie das Ganze wahrgenommen? Ich bin gestorben und er hat hinter mir gefahren. Gut. Alles klar. Gut. Dann brauche ich von Ihnen bitte mal Führerschein, Fahrzeugschein, Personalausweis. Und von Ihnen, weil Sie Zeugin sind zum Unfall? Ich bin gerade erst dazu gekommen. Achso. Sie haben nicht daneben gesessen? Okay. Alles klar. Dann von Ihnen bitte einmal Führerschein, Fahrzeugschein, Personalausweis. Ja, man rechnet ja nicht mit. Man steht da und wartet, dass es halt weitergeht und auf einmal knallt es. Ist ja gut, dass keiner weiter zu Schaden gekommen ist, ne? Da hat er ein bisschen mehr Peche. Er ist jetzt hinten und vorne kaputt. Und er ist, glaube ich, ganz kaputt, ne? Ich weiß nicht, was da so gequalmt hat, ob das der Motor war oder ob das geerbigt war. Aber ich habe die auch gar nicht kommen sehen. Ich habe halt nach vorne geguckt, ne? Und auf einmal glas dann ja hinten drauf. Eure Patient ist da drüben, wenn ich mit dem Fahrzeug vom ASB, genau. Bei mir ist hier nur der nicht drin, ne? Ja, alles klar. Jawohl. Adresse ist noch aktuell? Ja. Okay. Alles klar. Wegen dem Unfall? Nein, ich habe mir nur ein anderes Richtig. Jetzt haben Sie den Schaden hinten. Das muss sich ja lohnen, ne? Also das Einzige, was Sie machen müssen, im Grunde genommen den Wagen reparieren lassen und eben die Kosten dazu an den Unfallverursacher, das ist der erste in der Reihe, abführen. Also können Sie jetzt gerade gleich wieder in die Werkstatt fahren? Sie können, wenn Sie das möchten, gleich direkt wieder in die Werkstatt fahren, ja. Weil das macht ja keinen Sinn sonst, ne? Das stimmt. Auf der anderen Seite, Sie müssen das ja nicht heute machen, Sie können ja jetzt erstmal weiterfahren. Wenn Sie den Wagen nächste Woche in die Werkstatt bringen, dann reicht das auch immer noch hin. Das ist ja jetzt nicht so kaputt, dass Sie nicht fahren können. Wenn Sie selber sagen, wegen Spur, Sie merken, dass der Wagen irgendwas macht, was er vorher nicht gemacht hat, nämlich zum Beispiel nicht mehr geradeaus fahren, dann fahren Sie natürlich in die Werkstatt. Ich vermute aber mal, dass der Schaden, weil er momentan zumindest relativ gering aussieht, nicht dazu führt, dass Ihr Wagen nicht mehr verkehrstauglich ist. Also ich denke mal schon, dass die Spur und alles weiter in Ordnung sein sollte. Aber wie gesagt, das müssen Sie selber schauen. Alles klar. Okay, alles klar. So, Ihre Papiere bitte. Jawohl. Jawohl. Die Anschrift passt? Ihre aktuelle Anschrift? Ja, genau. Okay, alles klar. Der Notarzt versorgt den Unfallverursacher. Die Polizisten nehmen den Unfall auf und lassen die Straße räumen. Das sieht nicht mehr fahrbereit aus. Nein, da werden wir gleich einen Abschlepper über die Leitstelle anfordern. Nicht nur der Wagen des Unfallverursachers hat einen Schaden. Sollen wir mal kurz gucken? Hier, die Stoßstange hinten, die schleift schon an ihrem Reifen. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr. Danke.